Jetzt finanziell gesehen sind Sie eher auf der Sonnenseite. Hat das bei Ihnen irgendwas verändert, bei Ihnen oder vielleicht auch mit dem Blick auf die Gesellschaft? In meinem Leben hat es eigentlich nichts verändert, würde ich sagen. Nach wie vor lebe ich jetzt nicht auf großem Fuße. Einbrechen lohnt sich nicht bei uns zu Hause. Deshalb für mich persönlich nicht.